Eero-Chaos erwartet uns. Herzlich Willkommen zurück. Schauen wir mal, was uns so passiert. Was kommt? Was wird uns erwarten? Ei, schon wieder hier so einen Dicken. Was? Alter, BOOM! Ehrlich mal. Donkey schreit! Diddy schreit! Plattformen, olle Plattformen und fiese Dicke Gegner. So schön. Gut. Okay, komm, komm, komm. Donkey ist echt wertvoll, liebe Freunde. Oh, retten wir uns! Puh! Wow! Ja, das war krass. Ui, 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 ui. Ich speicher fast. Sehr geil. Hälfte geschafft. Ui! Donkey, übernimm du. Kann man die Mucke gar nicht so richtig genießen, Mensch. ich mich geirrt Affen und Luft naja, ist so eine Sache komm schon, ciao der Pfeil ist schon mal cool Shitty na so ein Arschloch oh man, was für ein Auftakt ach, herrlich einfach nur geil jo Donkey, da hast du recht Grund zum Aufregen ja und zum Runterfallen naja das kann ja noch was werden boah, kriegt man die Dicken echt nur mit dem Fass weg ja, böse Sache na, zumindest haben wir schon mal den Checkpoint erreicht das ist doch schon mal was boah, ich werde die ganze Zeit krampfhaft die Renntaste gedrückt ja, die Rollenrenntaste, wie auch immer weil ich brauche ja echt jeden Sprung so, dich nehm mal mit und tschau wow man hat es doch gar nicht übertrieben sogar kein Stück so ein bisschen ja dich nehmen wir auch wieder mit oh es ist wies es ist fies ey, Leute warum meine Nerven können auch nur Grenzen und Euro wahrscheinlich auch nein, ey fuck ey, das will ich als SMS tun wenn wir mein Handy haben ey, die WhatsApp tun äh, WhatsApp tun na, wer schickt heute noch SMS? frage ich mich auch wer schickt noch SMS? schreibt es mir in die Kombis blödsinn voll auf die Nase cool bisher gibt es noch keinen Grund zu meckern aber der Hammer kommt ja noch haha und noch eine Zinger na klar boah du 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 exit jawoll glücklich happy basti glücklich wie wärs mit einem kleinen Dreher in meinem Speicherfest? oh ja machen wir na 52% ja also nochmal zu den ähm verstecken da mach ich schon nochmal ein Special jetzt nicht in Kürze jetzt nicht in Kürze aber es wird auf jeden Fall noch eins folgen da 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 Crank is Konya unglaublich was hier alles vor vorgetappert kommt zwischen einem Felsen und einem harten Platz wirst du im Sturz da etwas cooles finden besser mit dem Buchstaben DK solltest du öffnen vielleicht ist ja dein Kumpel drin war nett mit euch zu reden ich bin nur alleine mhm wieder mal total verallgemeinert Nekis Rache wow mal wieder Boss bam 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 wow 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 und der geht ja ab bam nekis ganz schön nekkisch na das war gemein ah ja gut wenigstens ist es jetzt nur ein Gegner ähm und nicht unbedingt ganze Level den wir neu machen müssen bam bam und der macht doch bam bei uns oh ey der ist der ist immer richtig fies ist ganz schön gemein nekis haben wir schon gespeichert ich mach es nochmal vorsicht selber glaubt es ja nicht dass wir jetzt 40 Leben an dem Verballer bei meinem Talent sicherlich guti und der ist nicht mehr geht und der ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 King K. Rool, liebe Freunde Zip Zip Jetzt kommen die Kügelchen von oben Okay, mach mal deine Kügelchen da Zack Was ist das denn jetzt vor? Okay, komm nochmal zurück Ja, sehr schön Ja, zack Haha Und damit haben wir King K. Rool noch nicht geschafft Nein Ein tiefer Dankbarkeit an Kodierung, Klapp-Trap Charaktere, Crusher Kunst, Critter Konzept, Knump Kommando King K. Rool Ende Das war ein bisschen merkwürdig Zip Boah, wie fies Gut, müssen wir ein bisschen aufpassen Dass wir uns Donkey halten Dum-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam- erstmal eure hin und her. Ui! Zapp! Jetzt kommen die Kügelchen. Kone. Dong. Okay. Und Kone. Jo! Jups, super. Sehr gut. Kone. Bam! Das war der erste Schritt, liebe Freunde. Ein! Jetzt kommt dieser komische Abspann gar nicht mehr. Alles klar. Daran hätte ich jetzt denken müssen. Sam! Okay, dieser komische Abspann, der kommt nicht nochmal. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Das war das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich muss noch drei Stunden brauchen, um King K. Rool zu killen. Oh, weia. So schlimm ist er nun, wo geht nicht. Damn! Jetzt kommen wieder seine Kügelchen. Was? Dann... Zack. Äh. Zack. Äh. Morgens. So, jetzt ist es auf der anderen Seite, nochmal seine Pannonkugeln schmeißen, so und das kommt noch einmal zurück, und quatsch, so, zack, aha, obam, Ab auf die Glocke! Juhu! Damit haben wir King-Ker-Hool endgültig die kalte Schulter gezeigt, und haben das Spiel durch. Gut gemacht, meine Jungs, hätte ich den Grün-Schnaube gar nicht zugetraut. Eine ganze Horde Kremlings ganz allein fertig gemacht, da lacht das stolze Opa Herz. Schau mal in deinem Lager nach, du könntest eine nette Überraschung erleben. Hätte ich gespielt, hätte ich alles gefunden. Jaopa! Ah, ah, ah! Da gibt es sicher noch ein paar Bonusräume, die ihr übersehen habt. Oh ja! Ich glaube, dann werden wir noch lange nicht am Zielen. Juhu! Alle anderen wieder da! Na, na, Mensch, Donkey! Juhu! Liebe Freunde, und damit haben wir das Spiel beendet! Soweit, so gut! Special Part mit den ganzen Verstecken kommt noch! Wann, kann ich leider noch nicht genau sagen. Naja, genießen wir jetzt den Abspann, ne? Und ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen! Dieses Spiel war einfach nur episch! Einfach nur episch cool! Coole Mucke! Coole Lerne, auf jeden Fall! Wenn sie zum Teil auch ganz schön fies und knackig waren, das muss ich auch noch dazu sagen. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich mich gerne von euch verabschieden. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende durchgeschaut habt, zugeschaut habt. Und ja, dann bis zum nächsten Projekt, euer Retrobasti. Ciao! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!